Also, ganz entspannt bleiben, ganz locker bleiben, da kommt dein erstes Intro und dann geht's los. Hallo wieder hier im ERC, Deutschlands führenden Hypnose-Institut. Unser Thema heute ist Zwangsstörung. Was ist das? Was passiert da? Und vor allen Dingen, was kann man dagegen tun? Was kann man machen? Meine Gäste sind zum einen der Alois. Alois ist 19 Jahre alt und kam mit dem Thema Zwang zu uns ins ERC. Und zum anderen neben ihm seine Mama, die ebenfalls einen kleinen Einblick bekommen hat in unserer Arbeit. Herzlich willkommen also nochmal hier. Bevor wir richtig einsteigen, erst einmal die Frage, warum machen wir denn das mit den Interviews hier überhaupt? Immer mehr Menschen leiden mittlerweile an psychischen oder psychosomatischen Beschwerden. Und wir hier im ERC sind spezialisiert auf die Themengebiete Zwang, Depression und Angststörungen aller Art. Und wenn immer mehr Menschen unter solchen Dingen leiden, dann wird natürlich auch immer wieder die Frage laut, auch bei uns, na, könnte ich nicht mal ein Feedback bekommen? Ein Feedback von jemand, der das alles schon erlebt hat, der sich schon befreien konnte, der da rausgekommen ist aus diesem Problem. Und das geht natürlich aufgrund von datenschutzrechtlichen Bestimmungen kaum und zum anderen ist es ja auch für unsere Klienten unzumutbar, jeden Tag stundenlange Gespräche und Erklärungen abzugeben für diejenigen, die da gerne einen Hintergrundwissen haben wollen. Die Variante Interview hat sich also bewährt und wenn du Betroffener bist, dann hör jetzt ganz einfach aufmerksam zu, informiere dich gerne auch auf unseren Seiten iac-hypnose.de oder mediac-deutschland.de und stell uns deine Fragen. Du kannst aber auch Menschen helfen, wenn es dich persönlich gar nicht betrifft. Und du kannst diesen Beitrag auf deinen Social-Media-Kanälen teilen und so Menschen, die es sehen, helfen, die Möglichkeit einzuräumen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und sich ganz unverbindlich und gratis bei uns zu informieren über ihre ganz eigenen persönlichen Möglichkeiten. Lieber, alle ist. Ich habe ja schon gesagt, wir sprechen heute über das Thema Zwang bzw. die Zwangsstörung. Und vielleicht erzählst du mir noch einmal und den Zuschauern, wie sich das bei dir so geäußert hat, bevor du zu uns in die Praxis gekommen bist. Was war da eigentlich los? Naja, also die Zwänge waren verbunden bei mir mit einer Angst. Eine Angst beispielsweise davor krank zu werden oder ein Beispiel wäre auch, wenn man irgendwo Misserfolge hat oder anderes. Und wenn man davor Angst hat, dann hat man daran gedacht, hat eine bestimmte Handlung gemacht. Beispielsweise man steigt ins Auto ein oder geht aus der Tür raus oder irgendeine beliebige Handlung. Und dann hat man diese Handlung wiederholt und versucht, mit einem guten Gedanken zu neutralisieren. Ja, so hat sich der Zwang bei mir geäußert. Und es wurde dann halt irgendwann so, dass dieses, am Anfang hat man das noch gemacht, einfach zur Neutralisation, weil es eine Erleichterung war. Aber irgendwann wurde das ein richtig aufträglicher Gedanke, du musst das jetzt machen. Und ja, dann wurde es zum Zwang. Okay, also wenn ich das richtig verstehe, war da zuerst eine Angst da. Und damit dir das Problem selber nicht widerfährt, wie beispielsweise jemanden, an den du gedacht hast, der da schon ein Problem hatte, krank war, da hast du eben dann die Handlung durchgeführt, durch eine Tür zu gehen. Ja. Durch eine ganz bestimmte Tür oder war das legal? Das ist beliebig, je nachdem, welche Handlung man verführt. Ich kann jetzt in einem Einkaufszentrum in die Tür reingehen, ich kann durch meine eigene Haustür rausgehen. Aber wenn ich da an jemanden denke, der krank ist, muss ich zurückgehen, an jemanden denken, der nicht krank ist. Oder beispielsweise denke ich an irgendwas, an irgendeinen Misserfolg, da muss ich wieder reingehen, nochmal rausgehen, dabei an den Erfolg denken. So äußern sich dann bei mir die zwei Orte, haben sich geäußert. Okay, also ist Zwang bei dir sehr stark auch mit Angst verbunden gewesen? Ja, oder? Ja, also das ist häufig der Fall, dass also unterschiedliche psychische Störungen miteinander verknüpft sind. Zwang gilt in der Schulmedizin nahezu als unheilbar, das wird uns immer wieder gesagt. Allenfalls kann man lernen in Therapiemaßnahmen, wie gehe ich damit um, aber dass es abgelegt werden kann, dass es aufgelöst werden kann, wie ich gerne sage, wird in der Schulmedizin gesagt. Das ist nahezu unmöglich und das hängt damit zusammen, dass eben bei Zwang, anders als bei anderen psychischen Erkrankungen, sehr viele psychische Störungen mit Einfluss nehmen. Das ist, bei Aloe ist Angst gewesen, bei vielen anderen Menschen ist es auch eine Kombination aus Angst und Depression. Das ist hier wahrscheinlich noch nicht so der Fall gewesen, aber wenn man dann irgendwann nicht mehr rauskommt und nicht mehr weiterreißt und niemand hilft, dann rutscht man eben auch sehr schnell in solche Sachen. Okay, als Sicht der Mama gab es dann noch andere Situationen oder wie häufig ist denn das aufgetreten bei Ihrem Sohn, dass man da so ein Gefühl kriegt, wie stark die Belastung war? Also für uns als Familie war es unerträglich, die Zwänge waren nicht auszuhalten. Jetzt in letzter Zeit ist 15 Mal rein und raus gehen zu Türen nicht die Selbenheit gewesen. Am Tag, oder? Bei einer Handlung. Achso. Bei einer Handlung. Also da kam ein Gedanke und dann 15 Mal durch die Tür und das am Tag mehrfach. Mehrfach. Okay. Und wo wir als Eltern völlig hilflos dastanden, wir haben seit sieben Jahren das Problem, wo es das erste Mal aufgetreten ist, wir waren in Therapie, in Verhaltenstherapie. Wir haben Tabletten, also dann Medikamenteus versucht, das in den Griff zu bekommen, wo wir uns immer wieder sehr, also überwiegend ist. Dann mich damit befasst hat, das sind nur die Symptome, die behandelt werden. Dem Kind wird nicht geholfen. Das Kind, wenn man aufgehört hat, weil die Medikamente starke Nebenwirkungen hatten, der Alltag war nicht zu bewältigen, auch durch die Nebenwirkungen von den Medikamenten haben wir dann gesagt, wir schleichen es aus. Wir probieren es wieder so, es geht von vorne wieder los. Und es wurde immer schlimmer. Also mit jedem war es schlimmer. Und für mich als Mutter oder wir als Eltern hatten den Eindruck, dass Alice in den letzten Wochen gar keine Sekunde mehr hatte im Kopf frei, ohne Zwänge. Und also das war so hilflos, daneben zu stehen. Das hat unser ganzes Familienleben auch beeinträchtigt, weil man ist einfach hilflos. Und dann bin ich halt auf die Seite gestoßen vom IHC und habe mir alle Videos, die es gab, reingezogen und habe mich mit den Nösen gefasst, wo ich mir gesagt habe, das ist noch eine Chance. Also ich möchte niemals von der Welt gehen, ohne zu sorgen, ob alles getan. Die ganze Liebe von der Mama. Also auch der Vater, also der Papa von der Mama, die ist, wir waren so hilflos, dass wir gesagt haben, jetzt oder nie und wir sind so glücklich geworden. Das klingt ja, wenn man das so hört, ziemlich erschreckend, weil der ganze Alltag ist ja dann massiv eingeschränkt. Ja. War das nur in der Freizeit so oder war das auch im, du bist jetzt Lehrling, im Berufsleben so? Das war die ganze Zeit so, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Das Problem ist, bei den Zwängen, die machen wir, irgendwo ist dann der Kopf voll und dann gibt es Situationen, wo man sich konzentrieren muss. Beispiel Schule, da muss man zehnmal die Federmappe auf und zu machen, nur wegen diesen Zwängen. Und dann hat man einfach im Kopf keinen Platz, um irgendwas aufzunehmen, weil man gar nicht fokussiert ist, auf das Eigentliche, wo man sich fokussieren soll. Sondern man ist in sich drinnen mit etwas beschäftigt, womit man eigentlich gar nicht beschäftigt sein soll, was da nicht hingehört. Okay. Und so gesehen hat es das Leben, privat, freizeitlich, sowie auch beruflich oder schulisch, bei mir sehr stark beeinflusst. Okay. Mama hat gesagt, sieben Jahre geht es ungefähr. Das ist eine lange Zeit. War das gleich zu Beginn so stark wie das, was du jetzt beschrieben hast? Oder war das so ein steigender Prozess, dass das immer stärker wurde? Oder wie kann ich dir das vorstellen? Der Zwang, der Zwang ist bei mir in der Lage gewesen, sich zu wandeln, auf verschiedene Ängste überzuspringen. Am Anfang war es nur eine Angst, später wurden es mehrere Ängste und dieser Zwang konnte switchen. Der konnte sich verteilen, der konnte man dorthin springen, man dorthin. Am Anfang war es wirklich so, es war ein Fall, der war auch schlimm. Aber später kamen dann noch mehr Ängste dazu, somit auch mehr Zwänge in andere Richtungen, dann Leute, die man halt sehr mag, da hat man dann Angst, sie zu verlieren, wenn man das halt nicht doppelt macht. Solche Zwänge kamen dann noch dazu, das wurde dann immer lästiger und noch dazu die alte Angst und somit wurde es dann immer schlimmer. Es war aber auch so, dass manchmal Ängste gegangen sind. Das war aber eher selten der Fall, also vielleicht zwei, drei Mal. Und wenn das so schlimm ist und so belastend, wie du das jetzt gerade beschreibst, was hattet ihr als Familie oder du speziell sieben Jahre ist, eine lange Zeit dagegen unternommen? Also ich habe ja nun schon gehört, Therapien, was waren das für Therapien, wie seid ihr denn da vorgegangen? Wie oft warst du dort denn? War das Schulmedizin oder was wurde denn da gemacht? Das war eine Verhaltenstherapeutin, für Jugendliche, oder? Jugend- und Kinderverhaltenstherapeutin war das, oder Therapeutin, halt so eine Praxis und da war man dann einmal die Woche und das bestimmt zweieinhalb, drei Jahre. Okay. Gut, man war nicht jede Woche, das sage ich vielleicht 100, 120 Mal oder so. Oft waren wir dann dort. Insgesamt? Ja, 100, 120 Stunden vielleicht. Richtig. Ah, 120 Stunden? Ja, es hat auch geholfen in der Zeit, muss man sagen, weil man hat geredet, man fühlte sich erleichtert, jedoch war das Problem, dass man dort recht schnell, sobald man aus der Tür raus ist und denjenigen nicht mehr zum Reden hatte, dass das dann sehr abrupt wieder zurückkam. Ich glaube, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, beispielsweise eine Kur, wo dann, sage ich mal, aggressiver dagegen vorgegangen wird, also aggressiver, intensiver wäre eigentlich das richtige Wort, wo dann die Therapien nicht nur eine Stunde gehen, sondern vier, fünf, aber auch da finde ich, ist das nur dieselbe Art und Weise der Therapie, wie ich gemacht habe, nur ein Länger. Ja, und diese Art und Weise hat mir nicht richtig geholfen, weshalb wir dann, wie gesagt, auch auf ein Medikament zurückgekommen sind, Fluoroxetin hieß das. Ja. Und das hat bei mir halt Nebenwirkungen gemacht. Welche Art? Beispielsweise Zittern, zittrige Hände, sehr zittrige Hände, hibbelig wurde ich dann, weil das wirkte sehr aufputschend. Und ja, das war dann, habe ich nicht entschieden, dagegen, das nicht mehr zu nehmen, genau aus dem Grund, weil ich mich da einfach nicht wohlgefühlt habe, wenn ich irgendwas trinken wollte und das Glas hat so gewackelt. Ja. Das war ja im Betrieb, aber es war wirklich zitternd da, das hieß ich auch gar nicht abstellen. Okay. Wie geht es da den Eltern, wenn man das so miterlebt, dass das eigentlich alles nichts bringt, 120 Stunden Therapiemaßnahmen, sie haben auch mit dem Kopf geschüttelt, als er gesagt hat, das hat geholfen, Tabletten als nächster Schritt, wie geht es einem da, wenn man das so miterlebt? Wir waren völlig erstmal hilflos, man musste erstmal lernen, damit umzugehen, ich habe mich belesen, belesen, also fast verrückt gemacht, weil man will dem Kind helfen, man kann sich als Außenstehender nicht vorstellen, was in so einem Menschen vorgeht, man kennt das nicht. Man hat sich versucht dann auch, wenn man gelobt hat, man ist ein Stolz auf dich, du hast jetzt das und das erreicht, immer versucht positiv auf ihn einzubirken. Aber das kam immer wieder zurück und immer die Misserfolge, das hat mir nicht ausgereicht und wir waren, also es war schon hart einfach keins als Familie. Wir haben auch noch einen jüngeren Sohn, der hat natürlich, ist dann auch richtig, wie soll ich mal sagen, so nebensächlich geworden, weil alles war ja durch dieses, was er hat, immer im Mittelpunkt, er hat da immer Zuneidung gebraucht, viel, viel mehr. Wenn es ernst wie Zeit war, Mutti kannst du mal mit runterkommen, ich komme nicht ins Bett, wenn er dann dort zehnmal rein und raus gegangen ist und wieder sich reingelegt hat und man sagt, Mann, hör das jetzt mal auf, man kann es aber nicht sagen, wenn man denjenigen unterbricht in dem Zwang, fängt es von vorne wieder an und das war für uns völlig, also ich hätte mir nicht vorstellen können, wir hatten ja die Diagnose, die erste Diagnose, die wir hatten, wir sind so nicht schwer krank, dann muss ich jetzt in die Klinik. Ich saß dort wie, hm, wo wir im Krankenhaus, da war mal der Ärztin, die sagte, das hört nie auf und der ist schwer krank und der muss jetzt dorthin und da habe ich gedacht, Klinik, oje und Medikamente, das war für mich nicht machbar, ich dachte, das kannst du jetzt nicht bringen und dann haben wir halt mit der Therapie angefangen, das war ja schon schwer jemand zu finden, Verhaltenstherapie und waren sehr glücklich mit der, sind wir auch sehr sehr gut zurechtgekommen, aber bis man dann auch gemerkt hat, es ist nicht der Erfolg, dann ging es wieder los, wieder ein Hoffnungsschimmer, Medikamente, gut, Medikamente, ja, das war auch nicht das und also die Jahre, die waren horror, das ist einfach so. Also viele der Zuseher werden jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen schockiert sein, gerade die, die das nicht selber erlebt haben und das so nicht nachvollziehen können, weil das klingt richtig, richtig schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Wurden denn andere Therapiemöglichkeiten oder Verfahren angewandt, außer eben das, was die Schulmedizin da bietet, gab es da andere Erfahrungen, haben Sie da schon irgendwas gemacht? Also wir haben ziemlich am Anfang, ich kann es nicht mehr genau sagen, vielleicht vor zwei Jahren oder da war das Problem, sind wir zu einem Hypnotisier gefahren. Ach, das wusste ich noch gar nicht, ist ja spannend, oder? Ja, wir haben zu einem Hypnotisier gefahren, haben gesagt, das probieren wir aus, das bringt bestimmt was. Ja. Man muss auch dran glauben, ich finde es ein Besitzelmeinstellung und sowas ist. Und sind wir hingefahren und haben die Sitzung dort absolviert, wir haben ein Vorgespräch gehabt, es ging ungefähr eine Dreiviertelstunde, dann kam Ali jetzt wieder raus, hat gelächelt, war auch mal anders drauf, aber es hat mich angehalten. Also vielleicht war auch zu jung, dass es nicht auf sich wirken lassen konnte, will ich jetzt nicht so sagen, aber es hat nichts gebracht, also es war leider so. Also ich frage jetzt nicht, bei wem Sie da waren, das können wir vielleicht hinterher mal erörtern, das ist jetzt erstmal egal. Aber ich weiß natürlich, dass viele da nicht spezialisiert drauf sind und wenn ich höre, eine Dreiviertelstunde, wir haben ja hier dann ganz anders gearbeitet. Ja. Und wenn du mal so ein Feedback gibst, was jetzt der Stand ist, nach einer Woche, dann würde das dich zu sehr wahrscheinlich auch interessieren. Wie jetzt so deine Empfindungen sind, was vielleicht zwischendurch basiert ist, was da für Empfindungen waren und natürlich wie der Stand jetzt ist. Ja gut, der Stand am Anfang der Woche war, ich bin hergekommen, ich hatte die Zwänge, wie bereits berichtet, man muss aber auch dazu sagen, wenn man Zwänge hat, ist das nicht so, dass man komplett traurig durch die Welt geht und dass er nichts mehr freut. Und es gibt da auch schöne Momente und die genießt man auch. Es ist nicht immer so, dass alles traurig ist. Ja. Das nur nochmal erwähnt. Und am Anfang war es so, ich bin hergekommen, habe gedacht, ja gut, Hypnose, konnte ich mir da schwer was darunter vorstellen. Darf ich mal ganz kurz noch mal sprechen? Du hast mir gestern was gesagt, was du gedacht hast. Vielleicht willst du es nochmal wieder räumen. Ja, und zwar, man sieht ja oft im Fernsehen da so Dinge über Hypnose. Da gibt es ja auch gute Filme, wo da einer hypnotisiert wird und der denkt dann, er ist ein Schwein oder so. Also, da gibt es ja genug Vorurteile und ich muss aber sagen, dass die Hypnose, habe ich glaube ich bewusst, dass das so eine richtige Wissenschaft ist, die sich da mit dem Unterbewusstsein beschäftigt. Und ich bin auch hergekommen, wusste nicht so wirklich, was mich da erwartet. Du hast gesagt, ich glaube, der will mich verarschen. Richtig? Ja, das war auch noch dazu. Ich dachte am Anfang, als mir das berichtet wurde, dass das so schnell weggeht, dass ich verarscht werde. Ja, wie gesagt, durch die ganzen Vorteile, die meine Hypnose hatte und was man da gesehen hat, habe ich dann erstmal gemerkt, dass das gar nicht so ist. Man ist in der Trance, ja, man ist bei vollem Bewusstsein, aber irgendwie auch nicht. Das ist ganz komisch. Und man kann dadurch auch tief in sich selber hineinblicken. Und da werden so ein paar Stöße gegeben, dass man auch mal was überdenkt und drüber nachdenkt. Und es war so, dass ich nach dem ersten Tag eine deutliche Veränderung hatte und ich bereits nach drei Tagen so circa 75, 80 Prozent der Zwänge nicht mehr hatte. Wo ich selber mir das eigentlich kaum erklären konnte, wo ich gesagt habe, okay, am Anfang ist das doch gar nicht möglich. Und ich bin auch ein sehr, sehr logisch denkender Mensch, sehr logisch veranlagt. Und es ist wirklich so, dass das funktioniert hat. Und das ist alles, man hat es am Anfang nicht geglaubt. Und das war das Verblüffende. Es steckt da anscheinend unter allen auch eine Logik oder eine Wissenschaft dahinter. Und ich weiß es nicht. Ich habe mich darauf eingelassen. Ich habe das gemacht. Und das war wirklich für mich eine Erfahrung. Und ich gehe jetzt hier an diesem Freitag raus und kann sagen, dass dieses Problem weg ist. Komplett weg? Ja, komplett. Ja, größtenteils. Also es sind vielleicht noch zwei, drei Prozent da. Okay. Ganz wenig. Also von 100 Prozent haben wir innerhalb einer Woche das Ganze auf zwei oder drei Prozent reduziert. Ja. Wie stark belasten dich diese zwei oder drei Prozent und wie gehst du damit um? Gut, die zwei oder drei Prozent, ich will es ganz weg haben. Ich will auf fünf Prozent kommen. Zwei, drei Prozent sind allerdings für mich jetzt nicht wirklich so belastend, dass sie mich noch behindern. Die sind da. Ich sage mir, ach Mensch, muss das sein? Mach es vielleicht noch ein zweites Mal. Aber dann ist es gut. Es ist nicht so, dass ich dann 30 Handlungen alle zehnmal machen muss. Sondern es ist so, dass es von den 30 Handlungen vielleicht mal eine ist, die ich doppelt machen muss. Und dann auch nur doppelt. Und somit belasten mich diese zwei, drei Prozent sehr wenig. Aber ich würde sie trotzdem gerne weg haben wollen. Okay. Das geht, natürlich. Wenn du die gerne weg haben willst, dann kommst du auch auf ganz Null. Das bringt dann die Zeit mit sich, indem du das, was wir uns erarbeitet hast, innerhalb von einer Woche weiter festigst und integrierst. Da habe ich dir verschiedene Sachen an die Hand gegeben, die du zu Hause eben auch für dich durchführen kannst. Und bei Bedarf, wir sind ja nicht erst da rein. Vielen Dank erstmal dafür. Vielleicht noch ein Hinweis, weil Sie als Mama gesagt haben, man muss auch daran glauben. Es ist nicht so, dass man an die Wirkung von Hypnose glauben muss. Hypnose ist keine Glaubensfrage, sondern auch wenn ich nicht daran glaube, funktioniert das. Und die Veränderungen treten ein, wenn eine Voraussetzung erfüllt ist, was Aluvis vorhin gesagt hat. Nämlich, ich habe mich darauf eingelassen und mitgemacht. Also dieses Mitmachen ist ganz entscheidend. Selbst wenn ich nicht daran glaube, funktioniert es. Aber das Umsetzen, ins Tun kommen, das ist eben ein entscheidender Fakt. Und deswegen ging das beim Aluvis auch so schnell. Dadurch, ich habe es am Anfang angesprochen, dass das Thema Zwangsstörung sehr komplex ist und verschiedene Elemente enthält, ist es in der Regel nicht innerhalb von einer Woche aufzulösen. Wir haben hier eine nahezu vollständige Auflösung erreicht, weil er eben einen sehr starken Leidensdruck in sich wahrgenommen hat und mitgemacht. Und das ist eben das Entscheidende dabei. Nicht das daran glauben. Hypnose ist ja immer noch keine Kassenleistung. Und wenn man so ein paar Tage intensiv miteinander arbeitet, da sind dann schnell Beträge aufzubringen, die nicht bei jedem einfach so rumliegen. Manche finden Unterstützung bei Freunden, Verwandten oder Bekannten. Andere nehmen sogar einen Bankkredit auf oder finanzieren das Ganze über uns hier im IAC, was auch möglich ist. Weil ganz ungeachtet von Ihren Möglichkeiten und den Vorgehensweisen nochmal ganz deutlich nachgefragt, weil unterm Strich muss das, was man anstrebt, natürlich auch immer etwas bringen. Und deswegen nochmal ganz deutlich die Frage, hat es sich für hauptsächlich dich oder euch als Familie gelohnt, hier im IAC Hilfe zu holen, wenn man nach sieben langen Jahren und unzähligen, also über 100 Therapiemaßnahmen, Medikamenten, täglichem Leidensdruck, keine oder kaum Veränderung erreicht wurde und bei uns in nur einer Woche die Probleme nahezu vollständig aufgelöst werden konnten, hat es sich dann wirklich gelohnt, hierher zu kommen? An beide bitte nochmal ganz deutlich die Frage. Ja, das ist, heute geht es auch um Gesundheit und das kann man, meiner Meinung nach, sich mit keinem Geld der Welt, kann man seine Gesundheit jemals erkaufen. Von daher hat es sich für mich gelohnt, auch dass ich da jetzt so... Die Eltern haben das ja weitestgehend auch finanziell wahrscheinlich beglichen, deswegen auch nochmal an die Mama, als Eltern hat es sich für sie auch genannt. Auf jeden Fall. Sehr schön. Auf alle Falle, würde ich es jederzeit wieder machen. Das freut mich natürlich sehr. Wir hoffen natürlich, dass es nicht jederzeit wieder... Wie haben wir gearbeitet, das darf dauerhaft bei dir gehen. Ja, auch andere Themen, also nicht zu dir, ich bin froh, dass es uns soweit sind. Sehr, sehr schön. Wenn du jetzt also jemanden kennst, der auch hilft, benötigt dir mal Angst, Depression oder auch Zwang rauszukommen, dann erzähl ihn doch ganz einfach von der IAC-Hypnose und unserer Spezialisierung. Hypnose, das haben wir festgestellt, machen nämlich viele. Wirklich helfen nur die wenigsten. Teile also gerne diesen Beitrag auf deinen Social-Media-Kanälen und hilfst so anderen, die richtigen Entscheidungen anzutreffen. Einer, der sich kürzlich ganz bewusst dagegen entschieden hat, ist jemand, der sich bei uns zum Thema Depressionen formiert hat. Er hat sich ganz bewusst dagegen entschieden und ist einen anderen Weg gegangen. Wir hätten nach diesen Menschen wahrscheinlich sehr, sehr gut helfen können. Aber er hat sich eben dagegen entschieden und nach einiger Zeit habe ich eine Nachricht erhalten, dass er sich an einem Baum auf dem Friedhof erhangen hat. Lass du es bitte nicht so weit kommen. Informiere dich gratis bei der IAC-Hypnose oder IAC-Deutschland.de Und nur für den Fall, dass du Hypnose aus welchem Grund auch immer gerne selber erlernen möchtest, Es gibt demnächst wieder einen sehr guten und noch preiswerten Kurs, bei dem jeder auch ohne Vorkenntnisse, Hypnose lernen und davon profitieren kann. Dieser Kurs ersetzt alle anderen Einsteigerkurse und er ist von uns, von IAC subventioniert. Und die Infos dafür findest du natürlich auch auf unseren Internetseiten unter entweder iac-hypnose.de oder auch iac-deutschland.de Für heute bedanke ich mich bei dir fürs Zuschauen und natürlich auch fürs Teilen dieses Beitrages. Und bei euch, Ihnen beiden, sage ich auch vielen, vielen Dank dafür, dass man, dass es ja auch nicht alltäglich über seine Probleme so in der Öffentlichkeit spricht und damit auch anderen Menschen ermöglicht, einfach eine bessere Entscheidung zu treffen. Und vielen Dank also auch an dieser Stelle für das Interview. Danke. Wir sehen uns also gerne wieder hier auf dem Hypnose-Kanal beim nächsten Mal. Tschüss und bis bald in Deutschlands erfolgreichen Hypnose-Institut. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.